Die Junghans Chronoscope Solar 1972. Was gefällt mir nicht an der Uhr? Vier Punkte. Zum einen die Ablesbarkeit als solche der Kontrastzeiger-Zifferblatt ist nicht immer optimal. Punkt zwei, auch nachts, ist sie leider nicht wirklich so gut ablesbar, weil die Leuchtwasser auf den Indizes und Zeigern sehr schnell verblasst. Punkt drei, die Uhr hat einen Alarm, der für mich komplett wertlos ist, der es so leise, dass ich ihn, auch wenn ich konzentriert zuhöre, nicht höre. Und Punkt vier ist das optisch sehr schöne Stahlband. Ich sitze oft so vorm Fernsehen und dabei verhaken sich die Haare in dem Stahlband. Das Stahlband reißt mir die Haare aus. Sehr unangenehm. Das ist der vierte Punkt, der mir an dieser ansicht tollen Uhr nicht gefällt.